So, das ist die Ente-Industrie und jetzt machen wir hier ein neues Viertel auf. So, das ist Ente-Industrie und das ist ja nicht mehr Ente-Industrie. Wir nennen das jetzt Entes-Hill-Billy-Siedlung. So, dann kriegst du aber auch deine Hill-Billy-Siedlung, pass auf. Da sind ja auch überwiegend billige Mietwohnungen drin. Na gut. So, hier wohnen lauter Leute in Reihenhaus. Also sag mal, das Wetter ist aber auch ganz schön schlimm heute. Gut. Eine Sache möchte ich allerdings noch ganz kurz wissen. Wie viele Leute werden hier behandelt? Hier sind zwei Krankenwägen unterwegs. Wie schaut es mit dem Krematorium aus? Da fährt gar keiner gerade. Doch, einer kehrt zurück. Okay. So, hier beschweren sich die Leute. Das hohe Miete ist das Problem hier. In Pipperstadt. Ja gut, Pipperstadt musst du sehen. Also Pipperstadt ist tatsächlich teuer. Also Pipperstadt ist ein sehr teures Pflaster eigentlich auch. Und da das Innenstadtbereich ist, gibt es ja auch Parkgebühren. Geschlossene Wohnanlage. Hier sind nur Personen innerhalb des Bezirks leben und arbeiten zugelassen. D-Brock! Punkt 25. Monate und keinen Tag bereut. Mach weiter so, Zwerg! Ey, Dankeschön, D-Brock für 25! Vielen lieben Dank dir! Bremsschwellen. Bewusster Energieverbrauch. Ne, ich hätte da ganz gerne... Was geht denn noch? Das machen wir günstig, aber du zahlst halt dafür, ne? Pipperstadt wird toll. Wird schön. Pipperstadt wird toll. Ente Silbeli-Siedlung. Rabenau heißt das jetzt. Okay. Dankeschön, Markus, fürs Melden. Vielen Dank dir. So, pass auf. Und jetzt machen wir folgendes. Das hier wird einfach jetzt erweitert. Und hier machen wir ein neues Gebiet hin. So. Das ist Ackerwiesen. Und jetzt schaue ich einfach mal, wer ist denn so in letzter Zeit... Ähm... Wer ist denn so drinnen gewesen? D-Brock. Dann ist das jetzt... Ähm... Das ist... Sind die D-Brock... Höhen. Die D-Brock-Höhen haben wir hier. Damien Dreamer Industriepark, Pipperstadt. Ente ist Hillbilly-Siedlung. Rabenau. Machen wir mal, ähm... Machen wir kurz D-Brock. Dann haben wir noch geschenkte Subs. Gibt's... Dragontier. Ähm... Drachen. Drachen. Drachen... Drachen... Dröööööö...? War der Dragon.... Dragon... Der Dragon-Hort. Ja. Dann haben wir... Wer war davor? Meiobob. Das ist, ähm... Das ist Bob... Bobstadt. So, dann haben wir jetzt die neuesten Ortschaften hier komplett vergeben, ne? So, was ist bei euch? Hohe Miete, wie kann denn das sein? Wie kann denn das so teuer sein hier draußen? Da ist doch gar nichts außen. Ich glaube, ich habe da ne Ahnung, warum das... Die sind glücklich, aber die beschweren sich. Hohe Kriminalität, sagen sie. Was? Das kann doch nicht sein. Ähm. Habe ich in die Polizei hingebaut? Warte mal. Police. Golde Police. Da. Was ist mit euch? Verhaftete Verbrecher. Null von 25. Auf Streife. Unterwegs zum Ziel. Ich sehe da jetzt keinen Grund, da jetzt Vollgas zu gehen, ne? Also. Ich meine, wir können ja mal da... Also, Gefängnisverfügbarkeit ist vielleicht auch ein bisschen das Problem. Pass auf. In Bobstadt hier oben draußen könnten wir uns ja mal, ähm, auch die Gedanken machen. Ob so ein kleines Gefängnis in Bobstadt vielleicht auch so ein Ding ist, ne? Ein kleiner... Ein kleiner Knast einfach auch. Vielleicht. Hm? Doi... Doi... Äh... Doiklida... Doiklidia Apartments. Okay. Na gut. Gerne auch die. Was haben wir denn hier noch? Schallschutzmauer. Das wäre vielleicht gegen den Lärm so eine Sache, ne? Wobei, so lärmend ist das hier gar nicht mal. Ich meine, hier ist viel los. Hier ist ein Hotspot an der Ecke. Das ist aber auch tatsächlich so ein bisschen das Einzige, oder? Das schaut immer so schlimm aus, ne? Als ob da... Als ob die Hölle hier los wäre. Aber da fahren ja drei Autos rum. Ich meine, was wir machen könnten, ist denen die Straße hier aufzupolieren, ne? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Asymmetrische... Ne, vierspurige Straße. Das können wir mal kurz verlegen hier. Dann bauen wir die Straße aus. So, dann können wir hier noch mal ein paar Sachen reinpacken. Gut. Das sollte den Verkehr hier auf jeden Fall mal ein bisschen organisieren. Dauert natürlich eine Sekunde, bis das sich einpendelt, aber dann... Das muss halt... Das muss halt aufhören, ne? Wie viele sind da drin? Wow! Okay, da sind super viele drin. Okay, das Problem hier... Das sind die Ampeln tatsächlich. Ja, das ist alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich würde das eigentlich sagen, dass die Stopp haben. Können Sie mal schauen, dass sich das ein bisschen etabliert? So, da ist die Hölle los. Ja, das fließt jetzt alles hier nach. Aber das macht den Eindruck, als würde es sich lösen. Du kannst die Hölle loszulassen, insbesondere während der Rush-Hour. Gut zu wissen, Jim. Es scheint, dass alle in einem Moment, um irgendwo schnell zu kommen. Danke. Dankeschön! Xuni! Für deinen Follower, herzlich willkommen! Welche Map spielt ihr? Wenn ich dir das sagen könnte, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das, wir haben das, ähm, wann war es? Montag angefangen. Es ist, es ist diese, diese Map mit den, mit den, ähm, mit den mehreren Flussläufen, Südhalbkugel. So ein bisschen. Wir haben schon wieder Wasserprobleme. Das gibt es doch gar nicht. Nee, das war das falsche Gebäude. Das brauche ich. So. Was haben wir wieder? Okay, wir versuchen das immer noch an der Stelle hier zu lösen. Wobei, das scheint jetzt besser zu sein. Das scheint zu gehen, Leute! Ah, ja, ja, genau. Die Map ist cool. Ich finde die, finde die, ich finde die Map tatsächlich sehr spannend. Ich bin mal gespannt, ob wir hier noch, noch mit Staudamm oder sowas mal arbeiten. Was ich mich frage, und ich möchte das jetzt gar nicht beschreien. Ich, ich habe schon ein bisschen Angst, allein die Frage zu stellen. Ähm, meine Lieben, wann, wie und wo werden wir, ähm, Tsunami sehen? Das ist eine Frage, die sich mir tatsächlich stellt, weil ich ein bisschen Schiss davor habe, ähm, dass da mal irgendwann so ein kleiner Mikro-Tsunami um die Ecke kommt. Und uns hier droht, äh, von, von, von der, von der Insel zu spülen, quasi. Irgendwann am Ende, wir werden sehen, ne, aber, ähm. So, jetzt haben wir mal ein bisschen mehr Schutzräume. Das finde ich irgendwie schon dermaßen wichtig. Die verkaufen Papier, aber die haben nicht genügend Kunden, so wie alle bei uns nicht genügend Kunden haben. Ich muss auch mal unser Industrieviertel irgendwie erweitern. Ich muss auch mal sehen, wie alle bei uns nicht genügend Kunden haben. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier am Belösen rüberkommen. so, jetzt schauen wir mal, wie wir hier am Belösen rüberkommen. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier ansehen, können wir hier ansehen, dass wir hier ein wenigstens Schiff haben. This ist ein wenigstens Schiff. Gut, machen wir jetzt folgendes, wir erweitern mal unseren Industrieteil. Wenigstens ein bisschen mal neue Industrie gründen hier. So, dann gibt es hier noch eine Hauptstraße runterwärts. Und dann gibt es hier noch eine Hauptstraße rüberwärts. Das geht aber nicht. Das geht nicht, aber das ist nicht schlimm. So ungefähr. Dann können wir nämlich da auch nochmal ein bisschen was machen. An der Bahnlinie hier. Warum nicht, ne? An der Bahnlinie wäre doch bestimmt noch nicht schlecht, wenn man da nochmal so ein kleines Eckchen reinbaut. Und dann machen wir das mal ein bisschen hier so ein bisschen luftiger vielleicht. So, einmal außenrum. Das würde jetzt relativ zügig gehen, dass die das ausbauen. Davon gehe ich zumindest aus. Das schaut hier bestimmt auch ganz cool aus, wenn das hier so unter der Brücke da durchgeht noch. Das an der Autobahn entlang. Ja, könnte ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. So, was ich mir allerdings auch vorstellen könnte hier in dem Kontext. Und zwar von hier drüben. Tatsächlich. Ihr habt das gerade, wir hatten das gerade gesagt. Brücke, Alea hat das gerade gesagt. Genau. Brücke, Tunnel und so weiter, ja. Hier so rauswärts mit so einer Durchfahrt. Das könnte ganz cool sein, weil das halt mitten in unser Neubauviertel reindonnert, ja. Ich glaube, das könnte ganz, ganz, ganz gut für die Transportwege auch sein. So einen kleinen Zubringer nochmal weiteren zu haben in die Reststadt rein. Ja, vielleicht. Bus- und Parkplätze müssen wir bei Zeiten auch nochmal komplett drüber gehen. Also alles. Ich möchte gerne auch hier irgendwo oben in der Stadt ein zentrales Bus-Depot, also ein Bus-Bahnhof. Das haben wir, glaube ich, auch freigeschaltet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Noch nie gebaut. Eine Bus-Station hier, ne. Das wäre halt so ein Ding. Irgendwo hier so eine schnieke Bus-Station reinzudübeln. Und dann lassen wir alle Bus-Linien darüber sich austauschen. Und momentan haben wir, unsere Bus-Linien sind total erschrocken. Aber das wird schon noch bis 10. So, wir haben Winter ein Grad aktuell. Das ist natürlich weniger schön. Genau, an den Bahnhöfen ist das mit Sicherheit auch sinnvoll, ja. Ich finde das auch schön, wie die Bahn jetzt hier so in die Stadt reinfährt, also durch die Stadt fährt. Das macht irgendwie auch einen coolen Eindruck. So, was wir immer noch brauchen, ist weiterer Wohnraum mit geringer Dichte. Ich, ich, ich... Ich check nicht, warum das die große Nachfrage ist. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, Freizeit ist hier definitiv ein Problem. Landwirt. Landwirt. Jetzt schauen wir mal gerade. Ich hätte ganz gerne... Ich glaube, wir können den Landwert nur mit einer Sache wirklich erhöhen. Indem wir Plätze bauen. Das Ding ist halt, die sind riesig. So, ich schalte! Das Ding ist halt, die NCG-N aussofern. Ich sammare. Wir brauchen mehr Bedarf oder mehr Landwirt, dass da Interesse besteht, eine dichtere Wohngeschichte zu machen. Ja, wir sind in der Kleinstadt. Mega gut einfach. So, einmal quer B durch die gesamte Stadt, durchgewandert mit Parkanlagen. Ich hätte mir jetzt eigentlich gedacht, dass man das mehr sieht, aber man nimmt das gar nicht so schlimm wahr. Dass hier jetzt relativ viele Parks auch noch sind, sehe ich gar nicht so. Bildungsmöglichkeiten? Eigentlich schon. College ist immer noch so ein Problem. Was ist denn mit dem College schon wieder? Wir haben doch hier oben noch irgendwo eins. Hier. Nee, Quatsch, oder? Warte mal, warte mal. Doch, das ist ein College. Schauen wir mal. Weil normalerweise, wie gesagt, das ist mit den Bildungschancen, also dass das College jetzt hier so ein Ding ist, ja. Aber dass die hier oben so dermaßen Probleme haben, checke ich halt nicht, ne? Unausgebildet, schlecht ausgebildet. Die sind schlecht ausgebildet. Ich glaube, das ist ein Grundschulproblem hier oben, ne? Ja. Schauen wir mal weiter, wo noch mal, äh, wo es mit der Ausbildung hängt. Hier unten haben wir auch ein größeres Problem, was Ausbildung betrifft. Ja, das ist das Industrieviertel. Hier oben ist auch noch so ein Problem, okay. Okay. Das finden die bestimmt ja auch gut. Buslinien zu den Schulen, ja. Wobei, das ist im oberen Stadtbereich gar kein Problem. Das muss man halt, wie gesagt, noch mal komplett überarbeiten. Aber das ist auch, ich denke, das kriegen wir hin. Ich glaube jetzt auch tatsächlich, dass wir, ähm... Ja, da sieht man, wo die Bevölkerung zentral lebt. Hauptsächlich in Pippa-Stadt, ne? Wir brauchen mehr Energie. Wir brauchen mehr Energie. Okay, Strom haben wir, weitere Geothermie. Jetzt reicht das mal. Wasser könnte schon wieder knapp werden. Gesundheit schaut gut aus. Da haben wir keinen Stress. Müllverarbeitungsstatus. Das ist aber ganz schlecht, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert mit dem, mit dem Ding. Ja, die fahren raus und holen Recycling-Zeug ab. Geil! Okay. Kurser sagt, vielleicht die Schulen aufwerten. Auch ne Idee. Mehr Reihenhäuser statt zu viele Einzelhäuser hilft auch, mehr Dichte zu bekommen. Das ist auch ne Idee. Ja. Okay, wir können auf jeden Fall... Wir können auf jeden Fall die Verarbeitung jetzt hier ein bisschen anführen. Das kann man hier auch noch erweitern. Müllwagendepot. Sondermüllsammelstelle. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Wie viel Geld machen wir denn eigentlich? 62K, das ist gut. So. Wir können auch noch mal gucken, ob wir mehr Geld für Müllverarbeitung ausgeben. Vielleicht erhöht das die Anzahl der Wägen, die hier rausfahren. Schauen wir mal. Mal gucken. Hohe Kriminalität ist unser größtes Problem. Really? Das ist unser Problem? Okay. Ich schau jetzt mal gerade. Ich hätt ganz gerne das Polizeihauptquartier und das Gefängnis. Dann die große Notunterkunft. Irgendwann wird sie uns... Irgendwann wird's der Fall sein, sag ich euch. Irgendwann brauchen wir die... Irgendwann kommt der Tsunami. Eines Tages. Und dann bin ich froh, dass ich unsere Leute evakuieren kann. Das wird das Ding sein. Und dann werdet ihr alle sagen, zum Glück hast du das gebaut. Nee, ihr werdet eigentlich sagen, warum hast du nicht noch mehr gebaut? Wie immer halt. Ja. Ich kenn das doch. So. Okay. Müll ist eine gute Sache. Wir schauen, dass wir das hinbekommen. Wir haben zwei Leute, die fehlen in der gut ausgebildeten Geschichte beim Recyclingzentrum. Okay. Das ist schon mal sehr fein. Wartet auf Krankenwagen. Okay. Was ist hier passiert? Hier fährt ein Taxi durch die Prärie. Das ist ja ganz unangenehm. Reihenhäuser haben eine mittlere Dichte tatsächlich. Und wir wollen eine geringe Dichte. Das ist unangenehm. So. Bei Pipperstadt hier oben werde ich mal ein bisschen umbauen müssen. Da gibt es jetzt eher die größeren Shoppinggeschäfte. So, dann kommen die Mietskasernen weg. Dafür kommen jetzt mal ein bisschen größere Dichtenden hier rein. Das ist schon mal ein bisschen größere Dichtenden hier. Das ist schon mal ein bisschen größere Dichtender. Und jetzt um Mart美 laser zu gut prendre zu beten. As